okay jetzt sind wir wieder da unser lieblingsformat die drei idioten von world of tanks wie geht's euch jungs wie geht's euch ja wir starten spontan ins game ja mittendrin kriegen jetzt richtig in den anus geblasen weil kill sagt hey wir aktivieren die namen das ist bruce in dem challenger und der bot in der mitte ist und wir nehmen uns vor nett zu streamen oder aufzunehmen jugend frei weil wir wissen doch freunden meine lieben freunde es ist doch einfach euer lieblingsformat es ist okay es ist okay ganz geschmeidig hoch fährt er täuscht an und dann fährt er wieder langsam zurück er dreht den torm nach links hat gesagt wir dürfen nicht so viel scheiße reden wir spielen gerade stufe sieben übrigens der geneigte zuschauer hat schon gesehen gehen wir mal auf boogie mal gucken also die tarnung ist ja schon mal nicht schlecht scheiße okay ihr wollt bestimmt gameplay sehen wir gehen sofort raus für euch liebe zuschauer ja ich nehme gerne irgendwelche angebote an ich habe mal gehört ich habe eine ganz nette stimme für sprecher stimmen oder so oder hörspiele schreibt mich gerne an hier mache ich gerne wir können den preis aushandeln dann nein die 7.1 hier ist kiel bitte ja okay panzerwunsch frei hat boogie grille kommt schon süßer grille grüßt und die 100 dann steige ich aus bei e 100 meine 910 cool ist eine überraschung trug die mal da ich zu schön oder was Das erinnert mich an eine gewisse Zeit, dass der Chef verlangt, weißt du? Das ist langweilig, wenn wir keine Scheiße reden dürfen. Kannst du los an? Ne, tut er doch schon die ganze Zeit. Okay, Analyse bitte. Ihr habt die Hose aus. Ihr seid Idioten. Ich sehe doch, wenn man mit Profis zusammen spielt. Ich würde sagen, wir haben zwei FVs, die machen ganz schön Aua. Oh, das ist für Analyse. Ja. Und jetzt fahre ich einfach den Grillen hinterher. Ne, ne. Ich wollte das machen. Ich will mir den Arsch. Kannst du dich auf meinen Schoß setzen, oder? Okay. Pissi Flaps steht neben mir. Schaut mal. Pissi Flaps heißt der. Nein, nein, ihr habt ja so. Piss Flaps. Stell uns hier hin, bloß, mach den Doppelgewechser. Ja. Ja, das ist. Ja, nur sehr wenig Zeit, wenn da irgendwas offen ist. Sekunde, eineinhalb Sekunden. Deswegen haben wir die Hose jetzt schon runtergezogen. Ah, genau. Oh, das war aber knapp Boogie. Ich fahre gerne zu den Mets mit meinem 277. Das habe ich schon rausgefunden. Dann können wir auch gut gegen die Mets spielen, weil das schnell ist. Mhm, mhm, mhm. Ziemlich geiler Doppelbusch hier, die Scheiße. Links. Oh, ich bin schon offen. Scheiße. Was du hinkriegst? Warum hast du nicht geschossen? Ich habe gesagt, links. Ich habe es zu spät gesehen, Mann. Schaut es jetzt. Ich habe es mir vorhin gesagt. Mach dir eine geile Spitze auf, Junge. Gibt mir noch einen da? Nee, ich auch nicht. Jetzt ist zu spät. Ja, aber jemand kriegt noch einen. Oh, rechts. Ganz rechts, du wirst nicht. Nee. Aber wo das ist? Die 100, die 100. Nein, kriegt man hin über den Turm rein. Der wäre tot, wenn wir beide treffen. Genau, perfekt. Von den HP her. Ja, jetzt. Nice. Sexy. Jungs, ihr seid einfach Spitzenklasse. Wisst ihr das? Bist du aufgegangen? Nee. Aber unsere Badshit nicht. Der drüben vor... Da, Kranwang, Kranwang. Bude! Rechts! Ja, rechts würde helfen. Das ist die Scheiß-Statue im Weg. Ich habe ihn getrefft. Ja, ich kann das eigentlich genau sehen. Die Statue geht doch nicht weg, wenn eine Granate durchfliegt. Das will ich gar nicht hören, Junge. Wir legen renten, Kerl. Mach was. Ja, ich bin ja schon dabei. Also, Zuschauer, als ich wundert war, warum wir das gerade verlieren, Kerl hat die Hose nicht runtergezogen. Er hat sich geweigert. Ja, schon. Ich wollte ihn dazu drängen, aber er hat sich mit Kraft wieder hochgezogen. Ja, mit Kraft. Aha. Ja, beide. Wir haben beide keinen Leid von mir. Krankenwagen, der Tüter da? Nee, ich bin gebarnst. Was man es könnte... Yo, sexy. Ich bin offen. Ja, ich bin tot. Was war's? Nee, komm her. Komm. Ich komme. Wie lange ich meine Kette reparieren muss. Was ist das? Was ist das? Ja, ich muss erstmal zurückfahren. Ich bin jetzt hinter dir. Du kannst dich zurücksetzen. Ah. Krieg die Karpala wieder runter bei ihm, bis sie mich rauskommt. Wie dann, du weißt schon was. Oh ja. Die EVP steht ja so verkehrt. Ich riech mich so auf. Inkomportiertes Arschloch. Geht doch, wenn du's in das Ausbuschen, dass du sexy bist. Haben wir in die Mitte? Let's go into the action. Liebe Zuschauer. Jetzt sind wir. Ich hätte das auch wieder aufgeworfen. Du hast es vermisst. Oh, den kriegt man da rein, da links. Ja, ich nicht mehr. Knockout, Baby. Knockout. Ich bin offen. Ist so gut. Jungs, wir haben die Seite gecleared. Das ist der V steht hier. Ja, gut. Wir kriegen ja 100 Jahre nicht auf. Wir sind dabei. Wir kommen doch schon. Wir kommen doch schon. Komm, wir schieben den Tvp vor. Das ist ein Arschloch. Was für ein Arschloch. Was für ein Wichser. Ja, bist du Ärger? Bist du Stress? Ja, mach das. Die FVs, ne? Als Profi. Ja, die FVs sind in der City. In der Caravan City. Probier mal, ob du da oben aufgehst. Ich war offen. Nein. Man kann die brashen. Boah, war der geil. Hat er. Den habt ihr euch geholt, ne? Schmecken lassen. Habt ihr euch schmecken lassen. Haben wir gesehen, du. Wieder geplatzt ist, du. Wie eine Currywurst auf dem Grill. Links. Ja, ich kann nichts mehr machen. Fvp und ich. Wir haben Sex. Das Chiefman ist viel zu aggressiv. Wenn wir das vergehen, das Chiefman ist tot. Die Art, die wir mit dem Land reinholzen. Ich würde da nicht mehr stehen, wirst. Ja, ich bin drauf. Bin drauf. Come on, baby. Ich meine, da irgendwas rein, die Chance, was reinzukriegen. Ja, sie werden wahrscheinlich pushen. Ich war weiter links, wenn sie da über die... Eine Lücke... Oh, ja, ich seh's. Ja, war der... Nee, nee, nee. Oder doch, doch, doch. Ich krieg ihn rein. Ja. Oh, der Eigen hat geblockt. Ja, bei mir auch. Ja, komm. Beide Schüsse sind bei uns gefangen. Der wär so tot. Ja, es stirbt. Jetzt stirbt er wahrscheinlich sogar. Das ist jetzt nicht wahr. Wie stehen denn die da? Der VZ. Der VZ ist irgendwo auf dem Klo da drüben. Der VZ hat sich für safe gestellt. Links wird er gleich an der Heavy. Ist die AV wieder? Nee. Scheiße. Der Eigen, der blockiert ihn durchgehen. Ja, passt. Hart, ich war auch. Ja, hat mich fett gewächst hier. Ich muss reparieren. Vielleicht bin ich sogar tot. In der City. Ja, wenn sie dich nicht treffen, treffen sie mich. Ich bin tot. City of Caroline. City of Caroline. Wir verlieren wieder jeder Wundewinkel, ne? Nein, Jungs, alles ist gut. Ich bin dabei. Wir sind on-air und wir sind heiß. Wir werden dieses Ding gewinnen. Wir fahren uns gelb rein. Du könntest funktionieren, was die Cappen wollen. Du musst das so lange einzielen. Penetration, s'il vous plaît, monsieur, madame. Oh, servus. Hallo. Ups, da war er tot. Ich glaube, er hat Kjell noch. Alles gut, Leute. Ich bin da. Ich bin bei euch. Wenn euch dieses Gameplay gefällt, Daumen hoch. Okay, wir grinsen den FV mal an, okay? Wo ist der scheiß FV? Oh. Links. Ja. Guckt auch zu mir, ne? Ja. Hast du keine Lampen? Der war richtig schlecht geschossen, sehr verehrte Damen und Herren. Das glaube ich nicht. Wir hatten schon andere, dass ich schneller positioniert habe, mich rauszunehmen. Na, wir haben eine spannende Runde. FV hat. Weil ich finde es so cool, wie Kjell trotzdem sagt, FV hat, dabei ist ich der Einzige. Ist egal. Das ist, wenn man ein Kamperspieler ist, dann hat man sich das angewöhnt, ne? Wenn man voll in einem Profi-Metier unterwegs ist, dann ist das so. Willst du Werbung für den Garten machen, oder was hier? Ah ja, wenn ihr wollt, schreibt mich gerne in-game an. Das ist eine gute Idee. Wir brauchen aber schon mindestens eine 6000 Erwertung im Game. Das könnt ihr euch verkissen. Ich trink so viel Kohle, ob ich gut schlafen werde, bestimmt. Ich vermisse hier eine gewisse Frau, von der Kjell, der sie auch erzählt, tritt sie hier bei den Garnbein. Okay, Leute, jetzt kommt das Finish. Jetzt kommt die sogenannte Abschmatzphase. Und da ist das 277 sensationell. Also, wenn ihr einen guten Zehner sucht. Dein zweitig groß. Dann nimmt nicht den. Die sind nicht sexy. Die gab es im Supermarkt. Tatsächlich, im Supermarkt. Für 7 Euro. Oh scheiße, das hätte ich jetzt auch durchfahren können. Ich vollidiot. Ja, jetzt nicht getroffen, die Antwort. So, ich habe es mit deiner Abschmatzphase. Ja, ich bin zu langsam gewesen. Ach ja. Kjell, verbesserungswürdig, aber du lernst ja noch. Ja, ich war nicht ganz on point, liebe Zuschauer, weil es ist schon ein bisschen spät. Und ich bin ja auch schon über 40. Ich habe meine gute Zeit mittags um 16, 17 Uhr. Da bin ich on point. Haben wir den T100 allein noch ausgenommen, Bubi? Ja, wir können gleich nachschauen, wie viel Schaden du hast und wie viel ich im C100. 3.500 gesimmt. War doch okay, die Runde, oder? Ich habe 743 gemacht im C100. Okay, hey, machen wir noch eine 7er Runde als Abschluss. Und dann würde ich sagen, als kleines Zügerle für die Zuschauer, die nächsten Tage wird bestimmt noch mehr kommen von den drei von World of Tanks. Aber das war jetzt einfach der kleine Appetizer, der einfach Lust auf mehr macht, würde ich sagen. Ach nee, Quatsch. T100 hat gekriegt 757. Was hattest du? Dürften wir ziemlich alleine rausgenommen haben. Hatte Spaß, ja. So, Kjell, du willst noch eine Runde 7er, habe ich gehört. Gerne, gerne. Machen wir noch eine Abschlussrunde, oder? Machen wir noch eine wilde Fahrt für unsere Zuschauer. Ich nehme mal, meint ihr, schaffen wir mit den zwei? Jetzt hat sich ja auch schlicht. Okay. Wir brauchen was Langsames, Fettes. Ich nehme was anderes. Wir brauchen einen Sieg, müssen wir vorankommen mit dem Gleit. Okay, okay. Eine Sekunde, Galle Boys. Das ist der Clan Hore. Bewerben könnt ihr euch bei 12 GD, das ist das hier. Also nicht verwechseln, nicht verwechseln, Leute. Du sagst vorher Bescheid, der Clan-Kommandant ist nicht so oft online. Habt ihr eine Idee, was wir als nächstes grinden könnten für unsere Zuschauer? Also ich grinde gerade den FV, das ist ein Kanone. Und den Kranwagen. Aber ich weiß nicht, gibt es irgendwas Neues, was wir zusammen machen könnten? Machen wir eh nicht. Ach, die tschechen vielleicht, die tschechischen Heavies. Ja, bin ich da beim 9 und gleich habe ich mit 10. Ja, also dann warten wir mal ab, vielleicht kommt ja irgendwas Neues. Ja, Premium. Könnten gemeinsam ein 8er Premium grinden. Wer hat Geld am Konto? Ich glaube noch 42 Gold und noch 24 Tage Premium. Ich bin eine arme Socke. Machen wir keinen 1.7 Tag Premium mehr. Was ist denn Gold noch? Na, Gold hat ja auch noch 4.200. Gold habe ich sogar noch 19.000. Oh, 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 oh. Noch doch die Weihnachtsküsten, kann das sein? Ja, und dann gab es ja irgendwelche Premium-Tanks, die ich dann schon hatte. Dann wurden mir immer Gold gut geschrieben und so einen Scheiß. Meinen, wenn nicht Kreditpunkte gut geschrieben werden? Nee. Ja. Gibt es ja nicht halt, ne? Also, es ist ja auch egal. Wir haben nicht viel Geld, aber wir machen es mit Herz und Sympathie. Und mit dem... Mit allem Möglichen. Biep! Nein. Also, wenn ihr unbedingt den Kanal unterstützen wollt, könnt ihr gerne ein bisschen Gold supporten. Müsst ihr aber nicht schenken. So, jetzt muss ich kurz ein Wort an die Zuschauer richten. Nein, das müsst ihr nicht. Schreibt bitte in den Kommentaren, ob ihr es geiler findet, wenn wir richtig viel geile Scheiße reden. Oder sowas wie Kjell es gern hätte. Seriös bleiben. Ja. Ihr wisst ja, Leute, ich bin total seriös. Schreibt es in den Kommentaren. Pugin ist noch der Meinung, dass dieses Spiel einfach extrem viel Sexappeal hat. Ja. Sollen wir mit dem Panzer mal wechseln? Ich weiß nicht, ob das was bringt hier. Hm. Warten wir bis Minute zwei, dreißig. Ja, aber das muss ich alles rendern, den Scheiß. Schreibt einfach in den Kommentaren, welche Aktien die Gegenwerte ich am ehesten kaufen würde. Ja, lasst uns ein bisschen quatschen. Ziemlich kennt sich das sicher aus. Nee, Leute. Wir wisst ja, wir machen aber immer ein bisschen Lebenshilfe für euch. Das ist ja nicht nur der normale Kanal. Lebenshilfe ist ein eingetragener Verein in Deutschland. Ich weiß nicht. Echt? Und schon sind wir drin. Also, lass uns Finger zeigen. Okay, gegen Siebener. Okay. Wir wollten Stufe Sieben fahren jetzt. Scheiße, das war ich. Es war Sinn und es war Spaß. Wir konnten überall durch. Das ist echt anstrengend. Ich habe mehr als zu Hause, das würde ich nicht schaffen. Mal gucken, ob wir das 30 Sekunden überleben. Wo soll ich einen Spot bringen für euch? In meiner Hose. Hier. Ja, es ist ja das letzte Spiel. Merkt langsam, es ist echt Zeit aufzuhören mit der Aufnahme. Es ist dann wieder nach zwei, drei Spielen reicht es dann immer. Geht es nicht mal. Wo ist auch nicht Roger geblieben? Ich vermisse ihn nicht. Ich habe ein bisschen eine raue Stimme. Ja, aber ich weiß nicht, der schafft viel. Ja, wir haben ihn nicht gefangen, ne? Ja, also eigentlich hat er vorher schon einen geilen Hecht, aber es hätte noch einen gefangen. Ihh, das ist aber hier. Du kannst auch da vorne, Kerl. Du musst wirklich bis hier hin. Ja, jetzt machen wir Licht hier gegen neuner. Ja, das ist dein scheiß Ernst. Guck mal, wo Kerl steht. Ich kann ausrasten. Ich habe Angst. Ich habe Angst da. Du hast doch doch mal diese Angst beherrschen. Ich habe Schaden gemacht. Ich habe mich rausgenommen. Nein, doch nicht. Das warst du. Jetzt kannst du vorfahren. Nein. Nein. Ich... Habt ihr eigentlich schon gewusst, dass ich der schlechteste Leitfahrer in World of Tanks bin? Ja, sehe ich gerade. Das brauchst du uns nicht sagen, ich höre nicht. Du zeigst natürlich jedes Mal wieder was Neues. Ah, 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 ich kann das nicht. Oh, ich bin gespottet in die Flapit. Ist okay, ist irgendwas passiert. Du stehst einfach mal, alles gut. Ich bin ganz nervös. Oh, neuner AT. Puh, ich könnte mal wieder Lotto spielen am Wochenende. Ich weiß was du tun. Doch. Ich glaube, ich bin ein Koppel los, jedes Mal im Haus zu Hause. Hast du? Ja, aber springt dabei was raus. Kjell, komm schon. Nein. Junge, da bist du wie in der Schien, die Lampe, Junge. Nein, ich brauche jetzt erstmal ein Snickers. Ich habe Angst. Ich habe so Angst. Ich kenne hier eigentlich einen Käfig voller Helden. Mit Colonel Hogan. Und... Oh, was klingt. Dank dir schon. Ih, da ist eine Such. Ihr müsst das auch kennen, ne? Dass ihr genau so ein Snickers wird. Ja, ich gucke aber am liebsten King of Queens. Das ist meine Lieblingsserie. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so für Serien guckt. Was soll ich noch eure Lieblingsserien? Alter, was sollen die anderen Zuschauer noch alles in die Kommentare schreiben? Ja, ich will ja interagieren. Ich brauche Interaktion. Weißt du, nicht nur immer das gleiche Thema. Hose runter, Hose hoch. Sondern war mal ein richtiges Thema auch, ne? Das ist sowas als entscheidende Thema. Ich mag ja, ich mag ja meine Zuschauer. Ich möchte ja Kommentare. Ich brauche dich so einzuschleimen, ey. Ich kriege es kotzen. Professionelle YouTuber machen für jedes, äh, quasi Thema, ein eigenes Video, Kerl. Richtig. Echt? Wir müssen die Leute nur eine Sache in die Kommentare schreiben. Ganz genau. Ich mache schon ein Kerl nicht zu... Oh, oh, ich bin offen. Oh, oh, oh. Die Kerl müssen sich ja für so einen Geiz nicht reinschreiben. Bro. Was? Was? Ich war konzentriert. Ich habe die selbst zu... Geilen... ...Galer YouTube-Best. Gut, ja, das weiß ich, ja. Oh, die Arti 500, balanced. Richtschütze und Fahrer. Das ist mein Liebes. Ich habe nur noch die Besatzen-Smitglieder. Camp. Die andere Seite ist verlott. Unsere Arti verlegt sich sofort. Okay, Jungs. Leute, ich brauche Hilfe. Uuuh. Ich liebe Leitfahren. Mann, das ist so eine heiße Kiste. Es ist irgendwie hot. Ja, mache ich, mache ich, mache ich. Oh Gott, ich komme zurück. Nee, das ist... Ich weiß, warum ich nie... Warum... Ich habe zwei Leits in meiner Garage. Ich weiß, warum ich nur zwei habe. Also, das ist ja unglaublich. Ja, ich komme doch schon. Es ist... Nein. Immer dieser Stress, ey. Es ist halt ja schlimmer wie meine Putzfrau. Also, ich bleibe in der Mitte und mache da... Keine Ahnung, ich hätte gerne eine. So, die Borask da. Ja, toll. Ich bin tot, Kerl, wo du Scheiß gebaut hast. Ich bin refter in der Putzfrau, so ein Kerl. Echt? So, mit Wedel und so? Ja. Und mit... Mit... Mit Häschen. Ich sehe den. Okay. Ich wurde so vergewaltigt gerade. Ja, da wo du uns bist, bringst du uns nichts. Was? Wohin denn? Ich mache mir ehrlich das Tell. Was ist hier los? Was ist denn da? Keine Ahnung, du hast einen Wedel. Ich habe keinen. Nein, jetzt bin ich offen, ihr Schweine. Ich bin doch noch so jung. Ja, das macht dich, Alter. Keine Ahnung. Ja, mach das gut, Junge. Mach das richtig gut. Mach das extrem gut. Der steht da zu tief, dass er nichts bocken kann, weil wir Hügel sind. Die ist eher offen, aber sonst nichts. Das ist Profis in der Slidecampe. Ja, den habe ich aufgemacht. Fick den. Das ist, äh, Made by Boogie. Made in Austin. Bäm, und dann, jetzt kann ich sterben. Oh ja. Ein ganzer Spot. Mehr, mehr, mehr. Ja, ich lade nach, Mann. Ich crack ihn. Mama, Mama, ich hänge hier fest. Hilfe, Hilfe. Aua, die schießen auf mich. Aua. Jungs, was soll ich machen? Rose runter. Okay. Und jetzt? Jetzt kommt nichts mehr. Jetzt musst du warten. Oh, 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 oh. Guck mal, der Big Boy kommt. Ui. Da komme ich nicht durch. Wollte gar nicht schießen. Da ist ein VK, der unten langfährt. Aber da ist keiner, der das unterstützen könnte. VK. Selbst die Unterwände geht nicht. Also ich fühle mich hier total wohl. Ich könnte... Oh, da ist eine fette Sufa hier. Ich bin tot. Ja, ich sehe sie. Ich kann es nicht mal beficken. Daneben geschossen. Daneben. Das ist so gut, Junge. Einmal noch getroffen. Oh, nice. Ausgenommen. Unser Stritz ist im Arsch. Ja, da ist ein Spermatsch weg. Ich meine, ein Spermatsch weg. Ich hole den Fallbezimmer, der Schusskopf bin ich rein. Der Motor hat keine Leistung mehr und ich bin tot. Wir haben noch Kjell. Der kann das noch machen. Ne, der Boras kommt mich jetzt holen. Wir gehen doch nicht rein jetzt. Junge, schieß doch. Ich war leer. Ich war leer, ich musste nachleihen. Aber immerhin 1500 als Light. Ich habe das Lightfahren verstanden. Du bist das Light, Light zu vermitteln. Ich bin das Light. Kjell, mach nichts draus. Ich habe mit dem CD 3000 Spots. Aber du bist gut, du bist gut. Vertauschte Rollen irgendwie, ne? Wir sind ein sehr modernes Platoon. Wir machen auch gerne Rollentausch. Also nicht Partnertausch, sondern Rollentausch. Rollentausch trifft schon ganz kurz. Cosplay und so. Ja, genau. Crossplay. Man muss es gegenseitig wo wir auch können. Jetzt gucken wir noch. Als erstes in die Kommentare hat sich der Light richtig positioniert. Aschloch. Er hört 1400 Schaden. Weck mich am Arsch. Also wie gesagt, ich nehme gerne Angebote für Speicherrollen an. Und einen Daumen hoch. Bitte aktiviert die Glocke, damit ihr auch wieder in Zukunft kein Video verpasst. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert gerne den Kanal. Ja, damit ihr spätestens nächstes Jahr das nächste Video sehen könnt. Ein letztes, ein letztes Grußwort von euch. Tschüss. Tschüss. Also bis dann. Ciao, ciao.